Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Mario Kart 8 Deluxe Auf der Switch habe ich meinen Controller und ich dachte mir zack Wir wählen ein Mi Player wir nehmen einfach irgendeinen ist ja eigentlich ist mir egal Wir spielen Einzelspieler wir spielen heute wie gesagt wir spielen heute mal einen Grand Prix hier Wir machen mal 100 so wie gesagt wir spielen jetzt heute mal Mario Kart Ich bin immer eigentlich immer Baby Luigi ist so mein Typ Ich weiß gar nicht ich habe hier wahrscheinlich es geht so ich habe zwar relativ viel freigeschaltet Wann habe ich den gespielt auf diesem Account? Na egal ist eigentlich wirklich Pups egal alter so Ne scheiße warte mal ich muss noch kurz hier Autosteuerung ach ne scheiße Die Autosteuerung raus so wir machen heute mal den Pilz Cup alter und hoffen mal dass es eine erfolgreiche Runde wird Und ich sag's schon wieder vorab es könnte gut sein dass die Kamera wieder ausgeweilt sie gerade keine Akku hat Weil ich ein bisschen am Vorproduzieren bin und deswegen ist es stressig und ja Ich hoffe es gefällt euch trotzdem Mario Kart Stadion Epic Epic A la Ja Wie gesagt wenn wir Ach was schreibt das nicht? Ich hoffe schon wieder Shooky Boy mein Mod was ist denn? Auf jeden Fall Hast du dir die Maus zeigt? Ne ok perfekt Es geht los Aber es kommt jetzt hier Windows alter Perfekt alter Ok ich weiß gerade nicht Ok so driftet man genau Alter es lag ein bisschen ne Legts bei euch auch auf der Aufnahme Ne in der Aufnahme ist viel flüssiger als Als sonst hä? Ja egal Ist ja eigentlich gut Ähm wir sind scheinbar nur Zweiter Wieso das denn? Also jetzt nicht mehr Oder es ist ein bisschen verzögert habe ich das Gefühl Finde so Ah scheiße die Empfindlichkeit ist von ganz anders irgendwie Und es ist auch sehr laut Oh mein Oh Gott das Feuerwerk auch alter Oh meine Ohren Aber es ist 3D Sound das ist geil Scheiße ich hab den Sprung verkackt Ok ziel Münzen ist das Ziel und natürlich jede Runde gewinnen Ich glaube das ist so Classic Ziel Hehehe Zack erste Runde geschafft Oh ne Oh Ok wir behalten diese erstmal Weil wahrscheinlich kommt sowieso gleich eine blaue Bombe Beziehungsweise eine Todesbombe Also wir sagen ja so Oder ich wäre dann mal so gefickt Wollte ich grad sagen dann könnten wir die hier anwenden Aber wir haben sie jetzt Scheiße Haha wir haben sie jetzt trotzdem verbraucht hier Um ein bisschen Dings zu bekommen Und ja Ich find's geil weil den Controller kann ich so chillig unter dem Pult haben Zack Alter perfekt Wie gesagt ich dachte mir wir werden jetzt heute so ein Cup spielen Zack alter Kann ich zurücksehen so Als ob niemand reinfährt Boah geht voll ab alter Oh scheiße Das war jetzt ein bisschen dummlich Haben wir egal Oh nein Oh scheiße Schnell gib Gas So Let's go runter da Als hätte Bananen man was ist los 10 Münzen Boah der war echt knapp alter Holy cringe So dumm Würde sagen Direkt nächstes Rennen Der Wasserpark Ja Mehr gibt's dazu nicht zu sagen Ich hoffe das läuft jetzt dann Zack alter Alter Was hatte der für nen Start alter Oh man hat nur Münzen bekommen Oh scheiße ich auch Alter wieso leckt das denn so Oh mein Gott Scheiße Deswegen sehe ich das ja mit der Capture Card auf und das leckt jetzt irgendwie übertrieben Aber egal Oh geil ne Bombe Bam Oh scheiße Oh ne Das war jetzt ein bisschen dummlich wieder aber egal Nein Nein Scheiße Nochmal Nochmal Zack Sieht schon besser Nein Was ist das denn No Scheiße Was wir sind zweiter Wie kann das denn sein Ich sollte eigentlich meinen Helm nur anziehen aber Egal Wir können das auch so Oh nein Oh scheiße Das habe ich in meine eigene Bananenschale glaube ich reingeboostet Oh lol Das war eine fette Explosion Wir sind der erste Ehre Weißt du wieso Jetzt schreibt mir noch Red alter Jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr Ich hoffe actually dass die Facecam noch gerade nicht abstürzt Beziehungsweise aufhört zu filmen Fände ich echt nice Alter Yo Was ist das denn Oh ne Boah Kommt noch so ein grüner Bomber alter Scheiße Aber der ist direkt hinter mir alter Baby Mario Was ist das denn Aber jetzt glaube ich in eine Bananenschale reingefahren oder Hä Er bleibt einfach stehen Das ist ein Baby Mario Hä Aua Oh nein Ich bin in scheiß Box gefahren alter Wand Ich bin gut Wann startet der Stream Ähm Ich bin so Ha 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 Scheiße ich kann nicht schreiben Warte mal Zack Wir gehen direkt weiter Sorry ich war gerade noch im Handy Deswegen kommen jetzt einfach hier so zu dem Süßigkeitscanyon oder so wie ist das Scheiße Alter Wir haben voll verkacken Wir schreiben jetzt hier schon wieder Ah da würde ich auf dieser Piste auch immer so schlecht alter Also mir wird es immer sehr beschlecht Schreibt mal in die Kommentare ob mal ein Kollege zu mir kommen soll Dann spielen wir das zu zweit Sehen wie soll es streamen werden Ja gut wir können es auch aufnehmen Und doppelt Oh scheiße ich wäre fast aus der Waren gefallen Oh ne Ich hasse diese Dinges ne Diese Fressteile Wie heißen die denn nochmal Oh ne So Scheiße Alter wir drücken hier richtig gerne um die Kurve Zack alter Ja da rein da Wie ein Oh scheiße Holy shit alter Nein was ist das denn Scheiße warte mal Scheiße mein Hut ist rüber gefallen Alter was war das denn Oh mein Mike alter Mach mich so zum Affen alter Aber egal 4 Mario Kart Für das Spiel meiner Kinder irgendwie Oh alter backflip Oh ne Uh Das war Keine close Und Nein Scheiße Ich wurde nochmal geblitzt vom Ziel Och man Dann hätten wir nochmal 10 Münzen gehabt Scheiße ich glaube es gibt jetzt keine 3 Sterne mehr dann Nächste Runde dann Nächste Runde Wow Steinblock Ruin alter Jetzt gehts ab alter Zelda Let's go Zelda Breath of the Wild Hab ich leider nicht Aber könnte ich ihn eigentlich auch mal holen Dann können wir das auch spielen Alter es geht hier wieder Voll ab hier Hä ist das die Zelda Mucke Ne Was ist das denn Oh der ist ja noch zu scheiße Egal wir gehen jetzt hier noch die Wände hoch Oh ne Das sollte nach hinten Oh scheiße Hä Oh ne Ich hab aber wirklich Block Ha Gut So so Wieso startet denn jetzt Red den Anruf alter Oder Ja Bruder ich kann jetzt nicht abnehmen So das Ding Alter Ich kann Digga hauptsächlich Nein 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 Scheiße Scheiße Was ist das denn jetzt Auch mal Red Alles wegen dir alter Oder ich kann nicht Alter ist das lauf Ach meine Ohren Ich muss hier meinen Hut wieder aufziehen alter Das kommt es ihm gar nicht mehr gut Oh ne Oh ne Scheiße Soll mich ein bisschen konzentrieren alter Ein bisschen konzentration hat eigentlich noch nie geschah Und jetzt hier hinter dem Rad Bam Ohne den fetten Dings hier durch Und wir hätten so ein Abwehrding für Falls halt irgendwie was kommt Kann es denn es ist jede Runde schneller wie die Mucke Der Champion Allah Bitte die Kamera läuft noch sonst ist das hier alles für nix Ja die läuft noch alter Maschallah einfach die geile Ich pecke gerade ich habe hier nur eine Softbox an Boah Voll fast Allah Also Hier bin ich stehen geblieben bei dem Rad alter Scheiße man Aber souverän immer erster geblieben Da müssen wir das noch gucken alter Wäre einmal erster Boom So komm weiter da Boah Alter 30 Münzen gesammelt Neues Fahrzeugteil Ehre 60 Punkte 3 Sterne Besser kann es nicht laufen Leute Wenn sie euch gefahren hat Lasst Liked und Abo Dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Leute Je Baa 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 Baaaa Baa Baa Bis zum nächsten Mal.